Dann gehen wir mal weiter. Ach, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Aber zuerst müssen die Kisten ran glauben. Und ich bin auch versucht, zurück ins Labor zu gehen und zumindest mal den Overdrive auszutauschen. Der Speicherpunkt wurde mit dem Labor verbunden. Ja, komm. Wir speichern ab und tauschen den Overdrive aus. Schließlich habe ich den Samurai aufgewertet und dann soll man den vielleicht auch nutzen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo das ging. Ich glaube, das ging im Lagerhaus. Overdrive. Und dann... Ja, genau. So, jetzt haben wir den ausgewählt und... Nee, die Gegenstände gucken wir uns... Ach, wohl. Nee, die Gegenstände gucken wir uns erst zum Schluss an. Das Müllenthal und da in den zweiten Speicher. Ja. So. Schnell mal einen Overdrive getauscht. Und jetzt kann es weitergehen. Gibt es jetzt hier eigentlich noch mal Neues? Ich glaube, das habe ich schon mal nachgesehen. Und da gab es nichts Neues. Ja! Ja! Nein! Meine Stimme kackt gleich ab. Und ich habe nichts zu trinken da. Schade. Naja. So. Eine große Tür. Dann öffnen wir die große Tür. Ich erwarte einen Story-Schnipsel. Oh mein Gott, eine lange Zeit ohne Seine. Wie warst du? Wie beeindruckend, dass du es so weit gemacht hast, mit nur vier Telkobots. Ja, wir können es halt. Dankeschön. Flames! Du hast viel nervös, dass dein Gesicht auf die letzte Mal sehen. Gib uns zurück, die Telkobots. Du bist so schade, oder? Mal sehen, Ruby, was es? Da ist keine Chance, dass ich sie so schnell zurückgegeben würde. Wenn du wirklich willst, dass ich sie zurückgegeben würde, dann mach ich. Natürlich, wenn du wirklich so unkompetent bist, wie Fuel sagt. Dieser Junge wird sie nie wieder zurückgegeben, egal wie gut er sein kann. Jetzt hast du es geschafft! Okay, Bolt. Lass uns diese alten Frau das was für. Wieder mit der alten Frau? Ich war zu interessiert in der letzten Krieg. Aber dieses Mal ist meine Arbeit perfekt. Good luck, trying to escape. Good luck, trying to escape. Das klingt ja gut an. Oh, oh. Tokobots? Naja, das gefällt mir jetzt nicht hier. Laufen wir im Kreis drumrum? Komm schon, hallo! Wer ist so schnell? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ist ziemlich schnell drauf. Ich mache auch keinen Schaden. Muss ich irgendwas Spezielles treffen? Jetzt ist er da hinten. Hm, ich habe noch kein Mittel gefunden gegen den bis jetzt. Ah ja, da oben die Luche. Die ist es. Ich habe ihn gehört, aber ich sehe ihn nicht da. Komm in die Mitte. Bleib stehen. Bleib stehen. Jetzt? Da. Komm wieder schön in die Mitte und stehen bleiben. Okay. Wow. Wohl jetzt. Da. Da. Was ist passiert? Wenn du nicht mit mir kommst, dann komme ich mit dir. Ich wollte... Hallo. Es geht mir jetzt ab. Kamera, Kamera. Ah ja. Da. Bleib doch mal stehen. Mensch, wie soll ich denn da zu dir kommen, wenn du nicht stehen bleibst? Da geht's... Jetzt eben den Samurai. Er hat genau gesessen. Hallo? Dann so wenig Schaden. Ich bin erstaunt, muss ich sagen. Wo ist sie denn jetzt da? Dann würdest du doch einfach mal in der Mitte stehen bleiben. Dann würde ich auch zu dir kommen. Aber du bleibst ja nicht stehen. Ah, bleib stehen. Genau. Du fährst ja immer an mir vorbei. Bleib doch einfach mal in der Mitte stehen. Dann ist gut. Komm. Gut, gut, gut. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Nein! Nicht wegfahren! Ach, dann geh ich mal gucken, was da hinten in der Kiste gibt. Vielleicht gibt's ja eher ein Brot. Nein, nehm ich aber auch mit. So. Wo bist du denn jetzt da? Jetzt fehlt wieder ein Tokobot. Ich hasse es nicht. Ihr lieben, lieben Tokobots. Wenn ihr alle mal da sein würdet, wenn ich euch brauche. Okay, komm. Die schaffe ich doch locker. Ich muss nur mal stehen bleiben. Hallo, hier bin ich. Hallo, hallo. So, noch einmal. Dann hat sich die Geschichte. Deswegen gucke ich jetzt nochmal schnell hier rin. Hm, Brot. Das nehme ich mit. Hui. Da ist sie. Na komm. So viel zum Thema. Perfekt. What kind of kids are they? That they can defeat my Tankoloo. Hm, go on then. Take the Tokobots. Natürlich, ich habe nur zwei von ihnen hier. Die anderen zwei sind mit Feuer in Kränkebeln. Schade, ich wüsste, dass du nichts gegen diese Städte machen kannst. Vielleicht solltest du jetzt nur aufhören. Ich werde mich nicht zurückhalten, die nächste Zeit, wenn wir uns treffen. Oh, sie ist weg! Hm, so sieht es aus, dass wir sie jetzt weggefahren haben. Aber es gibt keine Guarantie, dass Flames zurückkommen werden. Lass uns loswerden und die Tokobots finden! So, da ist bestimmt ein Zahnrad drin. Hm. Ja, gut, manchmal ist das Spiel ein bisschen, ähm, ja, leicht zu durchschauen, ein bisschen vorhersehbar. Aber das macht ja nichts. Auf geht's zur Rettung! Da sind sie ja. Aber zuerst mache ich die Kisten weg. Nein, ich will die Kisten machen! Ach, jetzt kann sie zählen, plötzlich. Sieht so weit gut aus. Ja. Sieht so weit gut aus. Ja, ich will hier die Kisten kaputt machen. Ja! Nice! Ja! Hier ist nix, aber hier ist ne Tür. Tür öffnen. Hm, geht nicht auf. Äh, Schnellmerkerin, echt, das seh ich auch. Ich glaube, diese Tür hat eine Art Spezialschloss. Vielleicht ein wichtiger Raum? Wir haben zweite Tokobots zurückbekommen. Also zurück zum Labor. Flames hat uns erzählt, dass Fuel nach Crankbelt ging. Wenn das stimmt, könnte das Ärger bedeuten. Zurück zum Labor. Kapitel 6 Ragellte! Das impregnable Krankbelt-Kastel! Ja, das mit dem Uneinnehmbar, das wollen wir hier mal noch sehen. Also das bezweifle ich stark. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt sechs Tokobots. Ja? Sechs. Nicht mehr vier. Sechs. Nicht mehr vier. Sechs. Und dring back die Tokobots. Schnell. Du hast eine sehr lange Zeit gebracht, Bolt. Es sieht, dass du der Typ der Exexelt auf dem Feld, nicht trainierst. Oh! während du weg bist. Ich habe die Information über die Kingdom of Crankbelt. Sie sind so wunderschön als die Berge sagen, aber ich habe eine Route gefunden, die du in deinen Gelegen zu lassen. Oh, das König des Crankbelts ist vielleicht unser Nachbar, aber es ist ein Land foreign. Sie werden keine Merse geben zu illegalen Intrudern. Bitte, nicht zu sein, dass es zu schrecklich ist. Also, wenn Sie zu viel Probleme führen, könnte es eine internationale Dispute geben. Oh, wenn es passiert, es passiert. Ah ok, wenn Ich in den Weltkrieg auslöse, dann ist das halt passiert. Also, der Cranewood. Der gefällt mir. Alles klar, Bolt. Nächster Schritt ist das Kingdom of Crankbelt. Kommt in die Analyse, wenn du bereit bist. Oh mein, uh, willkommen! Willkommen. Gute Arbeit. Ich paye dir für die Items, die du bekommst. Danke, dass du immer so viele Items zurückbringst. Frankbelt. Okay, hier ist dein Reward. Gut gemacht. Was kann ich für dich heute machen? Was bedeutet das? Lebenskapsel 2. Dies ermöglicht es dir, den Overdrive erneut zu benutzen. Äh, der kostet 25.000. Dann wäre schon wieder mein ganzes Geld weg. Aber, naja, mir gibt's ja auch nicht zu kaufen momentan. Dann... Ist das okay? Ja, doch, den hätte ich gern. Ist das okay? Ja. Was brauchst du? Ist das okay? Was brauchst du? Was kann ich für dich heute machen? Was würdest du analysieren? Was kann ich für dich tun? Komm zurück, irgendwann. Wir sehen, zuerst ins Feindlexikon. Da haben wir drei neue. Zum einen den Mover. Ein spezieller Militärarbeiter. Der Körper hält Kugeln stand, aber den Tokobots ist er nicht gewachsen. Ne, nix hier ist den Tokobots gewachsen. Der Helibomber. Ein fliegender Arbeiter. Eine Weiterentwicklung von Bitter, allerdings mit geringer Kanonenreichweite. Dann noch den Großen hier. Der Tankaloo. Ein großer Arbeiter für militärische Zwecke. Bewegt sich schnell und ist mit einem Geschütz bewaffnet. Ja, das hab ich gesehen. So, dann noch die Enzyklopädie seltener Gegenstände. Das ferne Sichtfenster. Ein kleiner Fensterrahmen, durch den ein unbekannter Ort zu sehen ist, soll den Weg zu einem Schatz weisen. Das Bild auf dem Wappen sieht aus wie das Wappen von Crank Belt. Gut, dann würde ich sagen, da wir ja jetzt ein neues Kapitel angebrochen haben, dann speichere ich hier mal. Und macht dann einen Schnitt für diese Aufnahme. In der Hoffnung, dass alles so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Diesmal war es ein bisschen mehr Kommentar von mir, denke ich, als sonst. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.